Die außergewöhnlichste und wahrscheinlich auch tabuloseste Vater-Sohn-Beziehung kommt mit dem Film Ficke Fuchs in die Kinos. Interessiert mich nicht. Und dass hier der Titel wirklich auch Programm ist, davon könnt ihr euch schon mal im Trailer überzeugen. Ich mag junge Frauen. Ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Rehen. Stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgediente Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Hallo Leute, ich bin in der Klappe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert, als Mensch, und wir wollen, dass man sich für uns interessiert, als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat Ihnen denn gegen die Schüssel getreten? Ja, ich bin Tom. Ich bin Ihr Sohn. Ich habe keinen Sohn, ich bin Thorsten. Ich bin Tom. Du warst der größte Stecher von Lubertal. Das ist alles Otto und meine Mutter. Dein Vater. Er konnte eine ganze Bar in Windeseile für sich vereinnahmen. Der ist in die Bars reingegangen, hat sich in Tresen gestellt und einfach nur geguckt. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Scham, Humor und Nachgiebigkeit. Bist du armselig? Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögeln, als du Haare gefärbt hast. Ja, ja, du riechst du aus. Wie sieht's aus? Kommst du noch mit zu mir? Ich will, dass ihr euch neu erfindet. Der Männliche ist schön und nicht das Waldchen. Was machst du da? Ich pinfel. Im Sitzen. Was bist du denn für ein Relikt? In meiner Generation fängt dann alle im Sitzen. Du machst dich so zum Horst. Das ist doch Ehrensache, Thorsten. Torben. Das heißt Torben. Wie Torben. Der Film Ficke Fuchs ist das dritte Projekt als Regisseur für Jan-Henrik Stahlberg, der hier ja auch letztlich die Hauptrolle des Rockies spielt. Ja, des Vaters, der irgendwie ja weiß, wo es lang geht. Nach Shortcuts to Hollywood und Bye Bye Berlusconi, also mit Ficke Fuchs, nur ein neues Projekt. Und er ist ja dafür bekannt, dass er durchaus weiß, wie man provoziert und eben Themen anspricht, die andere nicht ansprechen. Ich werde diesen Sozialfaschismus nicht dulden. Jetzt darfst du noch blöd, ne? Du hohlenlust. Manchmal denkt man sich auch, okay, vielleicht muss man das auch gar nicht ansprechen. Aber da kann ich direkt sagen, nee, ich finde es eigentlich gerade in der Filmkunst wichtig, dass man sich auch mal Themen rauspickt, die nicht direkt irgendwie massentauglich sind. Und vielleicht auch bei 60 bis 70 Prozent des Publikums eher anecken werden. Und genau das macht der Film nämlich hier. Er eckt eigentlich wirklich an jeder Stelle an, wo man in irgendeiner Art und Weise nur anecken kann. Wir haben hier Dialoge, die nicht selten unter die Gürtellinie gehen, die aber hier eben ein hohes Maß an Authentizität haben. Und das sorgt dafür, dass der Film einen ganz eigenen Vibe hat. Und wer sich jetzt irgendwie die Frage stellt, warum sieht denn das alles so simpel gefilmt aus? Das Ganze ist ein No-Budget-Projekt. Also der Film hat irgendwie 70.000 Euro gekostet. Und es ist eigentlich ein Unding, so einen Film mit so einem Budget überhaupt in die Kinos zu bringen. Also Wahnsinn und da großen Respekt für alle, die sowohl beim Crowdfunding beteiligt waren, aber auch diesen Film überhaupt erst einmal umgesetzt haben. Denn er legt seinen Finger wirklich in Wunden hinein. Ja, ich bin einfach nur ehrlich. Und zeigt uns Charaktere, die wirklich von Grund auf unsympathisch sind. Wer hat ihn denn gegen die Schüssel getreten? Und auch unsympathisch bleiben. Das heißt aber eben nicht, dass doch eine Veränderung stattfindet in den Charakteren. Hey, komm, geh mal zum Optiker. Was hab ich los mit dir? Ja, ganz ruhig. Und da hat man immer mal wieder das Gefühl, ja, jetzt wird es konventionell. Wer redet eigentlich mit dir, du Mumie? Aber ein paar Minuten später wird man wieder eines Besseren belehrt. Und das finde ich erst einmal, was den Film betrifft, sehr konsequent und wirklich extrem stark gemacht. Aber auch beim Schauspiel schaue ich unfassbar gerne zu. Denn es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was Franz Rogowski und eben Jan-Henrik Stahlberg hier vor der Kamera veranstalten. Denn hier wird nicht selten eine absolute Hemmschwelle übersprungen. Und ich bin echt sehr beeindruckt darüber, wie es einige Szenen gibt, die so unglaublich tabulos sind, dass man sich das wirklich traut, vor einer Kamera überhaupt frei zeigen zu können. Das meine ich wirklich auf eine sehr positive Art und Weise. Denn natürlich hat jeder bei bestimmten Punkten Hemmschwellen. Das heißt, hier ist es eine schauspielerische Leistung, die auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Hier geht es jetzt mir gar nicht darum zu sagen, so wow, hier stimmt irgendwie jeder Satz, jede Mimik. Sondern erst einmal diesen kompletten Einsatz, sich das überhaupt zu trauen, das in dieser Form in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, du bist jetzt jung und schön. Schon mal drüber nachgedacht, was in ein paar Jahren sein wird, wenn du über 40 bist? Jetzt mal ganz kurz. Meinst du im Ernst, dass sich da noch irgendjemand mit dem Arsch angucken wird? Meinst du, du existierst denn überhaupt noch für uns im Erschluss? Nein! Auch du kriegst Falten und graue Haare und Tränensäcke und Orangenhaut und Reiterhosen. Und ob du dagegen verzweifelt ankämpfst oder es ganz tapfer erträgst. Du verfälzt. Ja, so ist das. Das tun wir alle. Insgesamt ist der Film für mich also wirklich gelungen, weil er einfach Themen anspricht, insbesondere wie agieren Männer gegenüber Frauen, das Thema Sexismus. Dreht an einigen Stellen das Thema Feminismus einfach einmal um, wo man sich erst fragt, okay, wie meint der das jetzt? Ist das jetzt gerade ernst gemeint? Wie steht auch der Regisseur selber irgendwie zu seinen Figuren? Das ist wahnsinnig spannend zu sehen und dementsprechend echt ein tolles Porträt von zwei absoluten fiesen Charakteren und ich mochte das sehr. Ihr nehmt Shampoo gegen Haarausfall und rasiert eure Säcke? Dennoch gibt es so ein paar Stellen, da habe ich das Gefühl so, ja, okay, hier provoziert man jetzt um das Provozieren willen. Da bin ich bei zwei, drei Dingen einfach so ein bisschen raus, dass ich sage so, ja, okay, das brauche ich jetzt in der Form nicht. Ich kann aber nur sagen, dadurch, dass dieser Film so authentisch ist und gefühlt semidokumentarisch auch abgedreht worden ist, ist es ein sehr mutiger Film und vor allen Dingen ein provokanter Film, den ich euch ans Herz legen möchte. Wer wirklich einmal bis in die Magengrube hinein gepusht werden möchte im Kino. Ihr sollt einen großen Schwanz haben, mit dem ihr aber nicht angebt. Das gelingt auf jeden Fall mit Ficke Fuchs, ein sehr cooles Projekt und wird wahrscheinlich in den Arthäusern in eurer Nähe laufen. Von mir gibt es sieben von zehn Punkten für den Film Ficke Fuchs. Das habe ich sehr oft Ficke Fuchs gesagt und ich bin gespannt, wie ihr auf den Film reagiert. Der lief schon bei einigen Filmfesten und auch bei diversen Preview-Veranstaltungen. Vielleicht hat den ja jemand von euch gesehen. Dann lasst mich doch mal wissen, wie ihr zu diesem Thema steht oder wie euch der Trailer insgesamt zusagt. Schreibt es in die Kommentare. Ich verlinke euch noch zwei andere Videos von mir. Einmal zum Thema Bad Moms 2, aber eben auch noch eine Review zu einem kleineren Film. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Film Lounge. In diesem Sinne macht es gut und adieu.